73 57 heißt dieser neue easy slingsessel von himmela ja warum neu immer was neues ja die armlehne ist neu und der sessel stammt aus der erstausstattung für ein möbelhaus das möbelhaus hatte nicht angenommen verbandsabschluss bla 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 kann ich ihnen alles erzählen auf jeden fall kam original verpackt zurück zum hersteller er hat drei motoren er hat eine aufstehhilfe er ist in größe small und er ist bezogen in longlife leder rustica also small sie sehen ich bin hier etwas zu groß für den sessel das sieht man vor allem hier ich bin 1,83 ideal ist dieser sessel bis 1,70 1,75 danach ist es nicht mehr ganz so bequem drei motoren hier drauf kommt die zunge raus 1 drüber geht dann ich mache erst mal fertig 1 drüber geht dann der rücken nach hinten und noch mal 1 drüber können sie feinjustierungen machen mit dem oberen rücken sehr bequem ich gehe jetzt mal ganz nach hinten damit sie sehen wie weit es geht also schon ziemlich sehr gut was hier sehr ausgeprägt ist merke ich gerade ist der etwas feste rücken im lendenbereich ich habe hier eine gute unterstützung und ganz wichtig ich habe hier die rückstelltaste eine taste drücken gerade für uns älteren leute einfach eine taste drücken und alles geht auf null in die ausgangsposition so auch der obere rücken streckt sich was ich früher bemängelt habe haben sie jetzt dann integriert ist auch eine aufstehhilfe der sessel geht hoch und hilft mir beim aufstehen wie beim hinsetzen ich komme also so leichter raus und ich kann mich besser hinsetzen und wieder die rückstelltaste und alles geht retour 73 57 easy swing von himmola ein top sessel nachteil sehr schön die lederauflage nachteil für mich zu klein nachteil 2 für viele zu schön nachteil 3 preis um die 4000 euro ich kann ihnen dieses stück aus der erstausstattung eines möbelhauses welcher abgelehnt wurde als ein storno original verpackt zu uns gekommen anbieten für 1950 euro plus 100 euro versandkosten profi schnapp.de ihr online outlet für marken relax es sagt danke abonnieren sie unseren youtube kanal folgen sie mir auch auf instagram und kommen sie mal vorbei in 721 86 empfingen 50 kilometer südlich von stuttgart danke und tschüss ihr lutz reinhardt von profi schnapp.de